Du rückst jetzt die Kohle raus, sonst ziehen wir andere Seiten auf. Wenn du zahlst, vergessen wir das Ganze einfach. Warum machst du es uns so schwer, hä? Das reicht jetzt. Wer bist du? Der Name eures Gegners... Ha! Tja! ...ist Wachli. Geh, leh, geh, leh. Jawohl, erlebe die volle Kraft und Herrlichkeit der Jugend. Ja! Wir tue gerne. Das ist mein Schein und Sinn. Was ist das denn? Ha! Was ist das denn? Lechi blickt nicht, was Sache ist. Das ist die Chance zum Angriff. Jetzt baller ich den weg. Och, nö. 80 Gramme, 64 Kurs, Christoph! Was ihn so besonders macht, ist sein unbändiger Kampfgeist. Er geht niemals auf. Warum hat denn der sich vollen lassen? Ha! Ich probiere ja gern mal was Neues aus, aber das hier ist einfach nur lächerlich. Wieso denn? Auf die Art kommt man doch prima einen Daumen hoch. Hallo, Sakura! Gehst du mit mir auf ein Teil? Ja! Wurdest du als Kind mit dem Hanna geduscht? Das ist doch nicht cool. Sakura, ich rette dich! Ich schlau. 1, 2, 3! Geh-le, geh-le, Guy schwa-le. Oh, ich schwa-le. Tic, 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 tic. Ja, na, 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 na!